Yes I can with you! Hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge von Minecraft Galactic Science wieder zusammen mit dem Asketo. Moin moin! Und wir sind immer noch am umbauen, weiterbauen, wie auch immer. Ich muss hier erstmal meine Kisten umstellen. So. Oh, hier kommt schon etliches an Holz an. Ich wollte eine Raffinerie bauen. So, die sind auch fertig. Wieder angeschlossen. Ach, du Dreieger. Copper kann das machen, du mein Mensch. Ja, so, ich mach dann erstmal... Nichts? Nichts? Ich muss mal kicken hier. Ich muss mal wieder Luft. Ich muss gleich mal gucken, ob er unten abgesaugt hat. Aber erstmal die Raffinerie fertig. Kommt dann mal ja nie fertig. Richtig. Compressed Feel. Habe ich davon noch was? Natürlich nicht. Das ist gut. Wie sollte das denn auch anders sein? Irgendwann haben wir mal was vor deinen hier. Das ist ja schlimm. Ja, eine Essensfarm wollen wir uns auch noch bauen, ne? Richtig. Da muss ich mal gucken, dass wir nochmal ein bisschen... ...erde kriegen, ne? Kann ich auch an mein bestehendes Kabel gleich mit anschließen? Nun kann auch gleich zum Beispiel... Weiß ich nicht, was wir da anpflanzen? Wollen wir da Kartoffeln anpflanzen, oder? Alles, alles, alles. Kartoffeln zum Beispiel könnte ich dann gleich direkt verarbeiten. Muss ich halt nur wissen, was alles durchkommt. Erstmal gucken, haben wir noch irgendwo Erde liegen? Erde? Ich glaube nicht. Draußen sind ein paar Kanister mit ein bisschen Erde. Die hat er schon abgeflügt. Dann müssen wir die wieder voll machen. Dann warte er. Guck mal. Oh, es brennt, es brennt. Was brennt? Unser Keller. Nimm raus. Ist schon. Okay. Sag mal nicht, das Ding braucht Strom von oben. Wer? Die Raffinerie. Wo wollen wir die denn hinbauen? Neben die Baumfarm? Hinter die Baumfarm? Ich würde sagen, gegenüber von der Baumfarm. Auf der anderen Seite vom Haus. Also einmal... Da, wo wir unsere weißen Bäume immer stehen haben. Mhm, ja. Ja, genau, da können wir die hinbauen. Das halte ich für gar nicht so schlecht. Dann kann ich die Bäume, die hier stehen, ja mal abflügen, hier, was? Jo. Dann kriegen wir noch wieder ein paar Strings, was? Das auch. Sind die schon fertig? Nicht alle. Aber immerhin. Ja, sonst war ich noch. Ich hab's ja nicht rein. Kannst du sagen, wo sie fertig sind, kannst du ja schon anfangen. Ja. Das dauert ja eben ein bisschen. Irgendwo hab ich doch Crooks gefunden. Wo liegen die rum? Wir müssten in unserer Hauptbasis in der mittleren Truhe sein. Bist du dir sicher? Ich glaub schon. Das sieht voll süß hier aus überall. Ja, ich weiß. Wir müssen unbedingt hier sortieren. W drauf. Das muss noch weit raus können. Abern. Ja, und bei dir so? Ja, ja, da. Ich bastel hier gerade ein bisschen an unsere Farm hier weiter, beziehungsweise an unserer Verarbeitung. Das auch noch? Ja, sicher. Das war so klar. Was hast du getan? Kommt von der falschen Seite rein hier. Ich muss auf die andere Seite. Haben wir eigentlich noch von den Stone in Weiß welche? Gute Frage. Ich weiß. Musst du, glaube ich, chiseln. Hast du einen Shizzle? Nein. Was hast du denn? Hm, nicht so viel. Ich brauche eine French, Mann. Mach dir eine. Mach dir eine. Aber das ist geil. In fast jeder Folge macht man sich hier eine French. Wieso machst du das? Weil sie immer weg ist. Klaut mir immer irgendjemand hier. Mal schauen, ob die French hier funktioniert. Wäre ja mal ganz schön. Wieso sollt ihr nicht? Ja, wegen Mods und so. Nee, der Mod hat doch irgendwie ihren eigenen... No. Electric aus dir. Wie macht man den? Silikon. Kohl. So. Nein. Kommt klar? Nein. 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 Strengs? Strengs? Wo? Ich zerschieße ja eine Crew nach Rheinland. Ich hab's, ne, ich hab's, ne, ich hab's, ne ... Mein Inventarplatz ist schon wieder aus allen Nähten hier. Meins nicht. Soll ich dir helfen? Ne, noch mal noch. Dann stelle ich dir eigentlich so viele Bäume hin. Muss ich dir das jetzt verantworten? Na, nö. Dann ist ja gut. So, was bauen wir denn mal? Ja, drei Stacks Strings habe ich auch schon wieder. Wow, sehr schön. Ich glaube, da können wir auch fast eine Barrel oben für machen. Wieso haben wir so viel String? Naja, mittlerweile wird es eine ganze Menge, ne? Ja, aber auch nur, wenn wir wieder was anpflanzen. Und wenn die Mobfarm noch dazu kommt? Ja, gut. Aber da gucken wir dann. Was die Mobfarm abwirft, das packen wir da mit rein. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, denke ich mal. Das glaube ich auch. Vorher müssen wir noch so einige Male das Inventar aufräumen. Wenn ich mir das hier so angucke. Oh, Eisen kann ich nicht mehr mitnehmen. Ich habe keinen Platz mehr. Hattest du jetzt eigentlich noch einen Chisel da, oder? Ne, wir müssen einen bauen. Oh, oh, oh. Frensch muss immer gebaut werden. Schilde. Mann, Mann, Mann. Ja, so ist das. So. So. Halt, halt, halt. Halt? Halt. Oh, da liegt noch ein Zylkwurm da oben. Den hole ich mir. Kommt überhaupt Holz bei dir an? Wo? Hier oben? Achso, in den Kisten da? Ich glaube eher nicht, oder? Ja. In den Barrels meinst du? Ja. Guck mal. Wartest du schon verbunden? Ja, ist alles dran. Ich glaube hier geht mehr ins Öl und so weiter rein, als da wo es hin soll. Ich werde mal den oben hier abbauen, mal sehen, dass wir noch ein bisschen was kriegen. Im Moment haben wir ja genug Holzkohle, glaube ich. Neun Stacks, ja. Boah, das reicht das. Hey, wake up. So, meine Bonkin sind auch gleich alle ganz fertig. Also alle abang. So, wenn das Öl dann irgendwann hier mal ankommt, dann haben wir das hier auch erledigt. Damit kann oben der ganze Rest auch weg, was dann auch so rumsteht. Wo? Bei der Baumbau. Achso, ja. Oh, total. Wie sieht das hier endlich mal geordnet und hübsch aus, Mensch. Geordnet und hübsch, wo? Oh, bei uns? Ein bisschen zumindest. Aber minimal. Na ja, wenigstens unsere beiden Gärten hier. Das stimmt. So, nochmal ein bisschen Zeug wegsortieren hier. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. So, und ich würd sagen, wie du die Mobfarm baust, äh die Mobfarm, sag ich schon, hier die Essensfarm und so weiter und so fort, dann gucken wir uns einfach mal in der nächsten Folge an. Bis dahin. Bis dahin.